Ja, wir zocken jetzt ein bisschen Fallgeist. Ja, okay, das ist ab 18, halt for real, das ist ein Horror-Game. BAM, kommt ein Jumpscare, Junge, hast dich erschrocken gedacht? Ich hab das ja wirklich, wenn du spielst, wär's wirklich zu einem Horror-Game. Ja, weil das so... Oh mein Gott. Die dummen, netten kleinen Kinder. Ey, ich bin stuck, ich bin so einer der Letzten. Junge, ich bin so fokussiert. Ey, du bist so einer der Letzten, du bist fucking Dritter oder so. Au, nein, ich hab vergessen, dass hier ein Propeller ist. Oh mein Gott, ich bin so cool. Das Schlimmste sollte mir grad passieren. Ich bin ja so ein... Ey, ich bin ja so ein krasser Typ, mein ich. Ich bin ja so ein Aal. Wir haben alle Aal verstanden, keine Sorge. Ich bin eine Legende. Oh mein Gott, ich bin das erste Mal durch die Mitte gekommen. Holy shit. Lukas, warum bist du erst hier? Hier ist unser Mate. Ich bin raus durch die Mitte. Unser Mate! Ah, fuck. Warum ist das Ding in der Mitte so schnell? Oh mein Gott, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Es leckt rum, es leckt, es leckt. Ach, Digga. Ja. Bei Folge, ich bin emotional. Also wer auch immer der Santa Claus ist, er ist mies scheiße. Ich bin actually neben das Förderband gesprungen. Holy shit, war das schlecht. Ich bin schon wieder FirstTry durch die Mitte gekommen. Holy shit, ich bin ein Naturtalent. Das erste war kein FirstTry. Das erste war kein Try. Das war ein... Ich weiß nicht, was das war. Aber es war kein Try. Oh, wir sind raus. Nein, wir sind qualifiziert. Oh, wir sind doch nicht qualifiziert. Oh Gott, da ist ein fucking Einhorn oder ein Nashorn. Oh! Junge. Ein Einhorn, Alter. Ich weiß noch nicht, Junge. Ich kenne mich nicht mit hier und aus. Oh mein Gott, schlecht. Nein! Hä? Wie du spielst? Du musst du bitte... Nein! Junge, das geht ab. Nein! Oh mein Gott, ich weiß noch, was du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. ...Kerry. Oh, oh, oh. Bitte, bitte, bitte... Okay. Ah! Nein! Au, 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 au! Hur ansonst? Mö, mal... Mö, mö, ahhh... Ok. Oh, oh, oh. Oh! Ich bin tot. Oh nein, oh nein! Nils, Nils, nooin! Ich bin der letzte! Nicht im Ernst! Ich feier jetzt gar nicht, wenn du irgendwie runterfällst und er überlegt. Nein, ich bin zu voll gedrückt. Nein. Aber 1,16 ist es. Okay, Lukas, warum bist du dann jetzt so kacke? Hier außen kann ich vorbei. Wenn der Fettzeug mich nicht wegstoßen würde. Junge, bitte. Oh. Hä? Ich bin drin. Gegen die Mitte. Gegen die Mitte. Das ist schlecht, oder? Das ist schlecht, das ist schon schlecht. Das ist schon schlecht. Hallo. Hallo. Nein. Geh weg, Lukas. Oh, nee. Geh weg. Junge, du ... Was kannst du da? Oh, was dumm sein. Ich bin drin. Nein. Nein, jetzt auch. Nein. Nein. Warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Ich muss sagen, warum uns die Leute so behindert, Alter. Nein, Lukas. Nein, ich muss so kurz rausziehen. Nein. Ich bin weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Carry. Alter, was ist das? Was ist das? Nein, der ist aber neu. Nein, der ist aber neu. Ich bin zielgeschossen worden. Wie geil. Nein. Nein. Ich mach jetzt einfach so was. Nein. Der hat über mich weggeboxt. Was? Oh, no. Jetzt. Nein. 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 Oh mein Gott. Jetzt. Oh mein Gott. Wir sind auf jeden Fall weiter als Rot. Wir sind auf jeden Fall besser als Rot. Wir haben fast 100%. Komm. 5%. 4%. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Nein. Was? Was? Ey, der ist komplett in Blumen. Hä? Ich dachte, du kannst das Rasierschaum oder so. Ne, wirklich. Wirklich, sowas ist entspannt. Ach, ich gucke an jemanden zu, Digga. Ich dachte, ich spiele den Typen gerade. Ja. Bei Folge, ich wäre emotional. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.